ARNON WOLTE NICHT Nö Danke sehr Musik WOLTE NICHT MEHR Ach man Musik Hier oben ist einer draus Ja ich dachte ich mir schon fast Der Snog What? Unser Team hat einen Radarstörer eingesetzt Verbindete Ausrüstungslieferung unterwegs Gas kommt Ich seh ihn nicht Doch da kommt er Der kommt Der kommt Oh mein Gott Oh mein Gott schreit er mich an Die Fickfack machen Oh 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 Nö Doch Rückkehr zum Auffang Ende diesen Kampf Und du kommst zurück An die Front Loppe 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 Ja Chat zu dem Thema nochmal Wir sind auch 300 oder 2 Loppe 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 sogar geschluckt, glaube ich. Nein, 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 ich kriege eine Asus-Meldung. Das kann ja nicht. Ich bin ja auf dem Desktop. Ich bin auf dem Desktop. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Drohntreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Ist der jetzt runter? Ja, der ist runter, ne? Rundfakt, Foto aus. Du sagst, Ben Affleck ist der schlechteste Schauspieler. Ja, also Ben Affleck ist ein guter Schauspieler, wenn's um Schnulzen geht, um Thriller geht, ist er ein guter Schauspieler. Aber Ben Affleck ist bei mir alles andere als ein Superheld. Und vor allem nicht so ein Superheld wie Batman. Batman ist einfach so eine Autoritätsperson in den Comics. Wenn Batman reinkommt, dann müssen die Bösewichte alle, alle, ohne Witz. Da kriegen alle Schiss, außer Joker. Hallo da. Und das, das Batman vermittelt, also Ben Affleck vermittelt für mich halt keinen, keinen Held. Ah. Nice. Ah, nice. Sichtkontakt. Also ich bin nämlich schon Mr. Mate, ne? Mr. Mate und Nate, würde ich behaupten. Tschüss. 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 Tschüss.